Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty WW2. Eigentlich wollte ich kein Video dazu aufnehmen, aber dieser Moment ist gerade einfach nur cool. Oh, ich eigentlich nicht. Oh mein Gott, man kann ein Flugzeug steuern. Ziehen Sie L zurück zum... zum Drossel der Riechen. Hä? Ziehen Sie L in Kurven... achso. Ich sehe Sie, ich sehe Sie! Halten wir Sie von den Bombern, äh, Formation brechen! Noch eine Gruppe auf 9 Uhr! Leern Sie schnell! Oh mein... Ah, ich habe ihn. Oh mein Gott, der lebt noch! Achso! Ich sehe Sie! Oh mein Gott, der lebt noch nicht! Ich sehe Sie! Ich sehe Sie! Hey, da sind ein Aufräder hier! Wer gehört mir? Höhö! holy shit wir brauchen müssen wir müssen noch vier Boah, wann ist es schwer? Boah, ich muss ganz kurz Audio leiser machen. Ich dachte am Anfang, dass er mega leiser ist. Ich weiß nicht, ob ihr mich am Anfang gehört habt. Wo sind die? Wir schlüpfen ab! Wiederhole! Wir schlüpfen ab! Flachstreffer! Liegt ins Triebwerk ausgefallen! Sieht getroffen! Sieht getroffen! Oh nein, alle! Alle werden zerstört! Sind sie das? Da sind die Deutschen wieder! Ah ja, da. Ketons! We can get on! Meine Waffen blockieren! Was ist hier? Ich hab's auf. Ich hab's nicht getan! Kann ich also gehangen? Wir müssen uns beschützen! Ratsch, wir müssen uns beschützen! Oh Den krieg ich Ah man Das linke Ruderkräm, wir verlieren Höhe Boah Den hab ich Ha 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 Den hab ich Ich seh sie Ich seh sie Ich kann ja erst später aufnehmen Aber Das waren alle Das linke Ruderkräm, wir verlieren Höhe Wir haben einen Bomba verloren Ich folge ihm Kommando hier 509 Bomba sind sicher Bereit für Luftnahunterstützung Verstanden 509 Feindliche Infanterie und Panzerfahrzeuge greifen die 9. Panzerdivision an Ende Wir werden überrannt Und zum Teufel bleibt die Luftunterstützung Okay Die Sina haben wir gerade gespielt Und Daniels Ja Keine Chance Keine Chance Hätte mich heilen sollen Hätte mich heilen sollen Hätte mich heilen sollen Hinten Okay das war jetzt unnötig Oh Oh Hätte mich heilen Oh 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 Ich habe keine Vorbereitungen. Ich würde mich triggern oder was. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, na. Ja, na. Oh mein Gott. Ah, okay, da werden Sie. oh mein gott ich sehe sie nicht mal und habe zweimal ich habe es nicht ich habe es nicht Ich brauche unbedingt hier. Die Deutschen. Oh mein Gott, ist die Outplay in uns. Oh mein Gott, ich habe keinen Mund mehr. Oh mein Gott. 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 Ja, Moin! Was war das denn? Also, keine Chance. Echt keine Chance. Oh, das ist eine neue Lärmung. Oh Absolut Drei, 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 vier Schmutz, der Kohl Nicht durch Der Arm, der Kohl Die Hübsch, der durchgeknallt Bewege, die Rieserlacht, Feuer Aufschrauben 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 Ach Ich scheibe sie, ich friere sie setz hier Tempo Arrr Ah! Das war gar nicht zu übel. Wir haben Glück, dass wir noch leben. Das Erste. Denn jetzt bringen Sie die Deutschen ins Gefangenenlager. Und beeilen Sie sich. Ich kenne diesen Blick bereits. Kurz vor dem Kassarin Pass. Wir sind auf uns geschlossen. Das war ein heftiger Kampf. Obwohl Pearson versucht hat, uns umzubringen, haben wir überlebt und den Konvoi verteidigt. Haben das feindliche Himmelfahrtskommando aufgehalten. Tana wäre stolz auf uns. Ja, Leute, das war's erstmal für... WW2. Vielleicht kommen noch online ein paar Videos oder von der Story. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Tschüss!